Walter Antoni Eichhorn, Informations-Display. Injection Opposite Friedwerk mit 540 cubic inch, das sind so circa 8,5, 9 Liter Hochraum. 300 PS Start. Das Flugzeug an sich ist eine Konstruktion aus deutschem Hause, und zwar aus Schwarze-Heiden-Dienstlaken aus dem Hause Walter-Extra. Ein Flugzeug, welches einen Stahlbauer-Rumpf hat und der Flügel aus einem CFK, einem Kohlefaser-verstärkten Kunststoff, gefertigt ist. Und maximale Gehllasten, die wir mit diesem Flugzeug fliegen können, liegen bei Plus und Minus 10 G. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 220 Knoten, das heißt 400 kmh. So, und jetzt sind Sie hier. Walter Antoni Eichhorn, viel Spaß mit der Vorführung in Formation. Zum erneuten Kreuz in der Flugbahn. Senkrechter Steinkflug, bis zum Stillstand. Deiken-Rudertritt ins linke Pedal. Sogenanter Turn, senkrechter Abgang. Wunderschön und auch spektakulär hier vorgeflogen, diese aufeinanderlaufenden Figuren. Da ist schon ein bisschen mehr Bewegung drin, wie in den vergangenen Jahren, wo uns Walter und Tony Eichhorn immer noch nicht mehr in 4.6. Die Sohn Tony ist der zweite Mann hier im Zufall. Da ist hier doch so weit mehr Bewegung. Das ist der Walter, der Vater. Er fliegt vor und der Tony fliegt hinterher. So, es geht nach oben. Geht wieder etwa 4G an. Das heißt, das Vierfache des Körpergewichtes wird in den Sitz gedrückt. Zu einem Looting. Und weil es schön ist und Spaß macht, gleich noch mal hinterher. 90 Grad Richtungseenderung. 100 % 15% schneiden vidgar z Abschluss Vierfache des Mit doppelsitzig auszulegen, Reichweite bei dieser Teilnehmatung haben wir von Erzember 1 auf 200 Kilogramm, also 50 Stunden Zugzeit. Rollend in der senkrechten Steigfluglage. 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 Rollend in der senkrechten Steigfluglage.